Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wir lassen unseren neuen Buchstaben gar nicht lange auf sich warten und drehen ihn gleich mal aus. Es ist das N geworden. Na gut, dann gehen wir mit dem N mal auf die Reise auf unserer Seite und mal gucken, was die Seite zu sagen hat. Mal schauen, was wir heute haben werden. N wie Nachholbedarf. Okay, Nachholbedarf ist, denke ich, ein sehr aktueller Begriff, wenn man das so sagen darf. Aus aktuellem Anlass, dass wir ja gerade seit letztem Jahr 2020 sehr vieles wahrscheinlich nachholen werden müssen, wenn es wieder mal geht, hoffentlich bald. Toi, toi, toi. Und zwar sind seit letztem Jahr eigentlich beständig sehr viele Sachen nachholbedürftig geworden. Also sei es irgendwie Sachen, die mit Leuten zu tun haben, Personentreffen, Familie, Freunde, Verwandte, dass man sich treffen konnte, weil wir eben eher Rücksicht nehmen mussten und tatsächlich einfach aufpassen mussten aufeinander. Aber auch zum Beispiel sowas wie, ja, keine Ahnung, Partys, Feiern, etwas für sich tun, nachholen, was man schon nicht geschafft hat bis dato, ob es jetzt irgendwie sportlich Fitness ist oder andere Sachen, die man gerne gemacht hätte, aber nicht geschafft hat bis dato und es jetzt eben nachholen wollte. Aber auch sowas wie Urlaube, Urlaube, Reisen, die wurden ja auch alle so weit abgesagt und ja, deswegen sind die dementsprechend nachholbedürftig geworden, denke ich. Und gerade zum Thema Urlaub habe ich vielleicht eine kleine Geschichte für euch auf Lager. Ja, und zwar geht es um einen Urlaub, der bis mit meiner Kindheit zu tun hat. Es ist nämlich so gewesen, dass ich mit meiner sehr lieben Freundin, der Anja, an der Stelle ganz liebe Grüße an dich gehen raus, liebe Anja. Und ich hoffe, das Video gefällt dir, was ich hier sage. Und zwar geht es um unseren gemeinsamen Urlaub. 2017 im Mai, glaube ich, war es. Ja. Ja, der in Dubai und Abu Dhabi war. Ja, da sind wir ja hingeflogen. Und wirklich nur dank dir, weil ich bin ja eher diejenige, die ja nicht unbedingt gerne weiterfliegt, weil ich auch so eine kleine leichte Flugangst habe. Und ja, aber du hast mich damals dann auch auf die Idee gebracht, wir haben ein cooles Angebot gesehen und wir konnten dann beide auch nicht mehr Nein sagen. Und wir haben es ja zum Glück geschafft, auch wieder zurückzukommen in Heil, also wie man sieht, 2017. Und ich bin auch da und toi, 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 auch weiterhin. Ja, und da sind wir nämlich hingeflogen. Und das ist das Lustige gewesen zu der ganzen Story. Und zwar habe ich als Kind nämlich mal in Nachrichten gesehen, dass gerade in dem Moment, als ich das gesehen habe als Kind in Dubai, diese Palmeninsel, diese ganz typischen, dass die nämlich, ja, erbaut wurden in dem Moment. Also einfach künstlich damals erstellt wurden. Und damals war ich noch als Kind, als ich zu meinen Eltern ganz random, ohne Kontext mal gesagt habe, so nach dem Motto, so, oh cool, das sind ja richtig coole Inseln, wenn ich groß bin, möchte ich da mal hin. So, so cool finde ich die. So ungefähr, habe ich das bestimmt gesagt. Ja, und dann habe ich einfach mal jahrelang diesen Kindheitswunsch, nenne ich ihn jetzt mal, irgendwie auch vergessen, verdrängt. Denkt mal nicht darüber nach, auch noch, wenn man jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der gerne fliegt. Ja, und dann aber war die Chance da mit dir, liebe Anja, nach Dubai zu fliegen. Und das haben wir tatsächlich eben gemacht, 2017. Und damals haben wir dann eben unter anderem auch sehr coole Reisen unternommen in Dubai und haben dann auch an einem Tag die Möglichkeit gehabt, mit einem Bus dann eben auf diese Inseln draufzufahren, auf die Palmeninseln. Und konnten da eben die ganzen Sachen erleben, wie sie aussehen, dann live auf den Inseln sein sozusagen, also auf denen stehen, die Villen da zu sehen, alles in echt, also nicht nur im Fernsehen, sondern in echt. Und ja, das war für mich nicht nur beeindruckend, weil ich einfach wusste, ich bin in Dubai und ich sehe die ganzen Villen und oh mein Gott, sondern es war für mich in der Hinsicht nochmal doppelt beeindruckend, weil ich einfach, ja, wusste in dem Moment, dass ich diesen jahrelangen, jahrelang gehegten Wunsch als Kind, da hinzufliegen und da zu stehen, ja, dass der wahr geworden ist. Ja, und das war für mich einfach so ein beeindruckender Moment, den werde ich nie vergessen. Der ist einfach sehr einzigartig für mich gewesen. Und ja, ihr könnt auch einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemals auch schon mal so einen Moment hattet, Situation, ob alleine oder mit Leuten zusammen, den ihr so in Erinnerung behalten werdet oder auch gerne nochmal vielleicht nachholen wollen würdet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare eben schreiben, wie gesagt. Und ja, zu dem Begriff hole ich euch aber jetzt noch eine kurze Figur und denke, das wird ganz gut zusammenfassen, was wir heute gehört haben. So, da bin ich auch schon wieder und ich habe einen ganz heute sehr thematischen Begriff gefunden und zwar diese zwei Palmen. Und aus aktuellem Anlass, wie schon gesagt, Palmeninsel, also das steht eigentlich erstens für die Palmeninsel, kann man sagen. Also das ist schon sehr gut repräsentiert, aber auch, dass es vielleicht generell für Urlaube steht, sage ich jetzt mal. So ein Urlaubsfeeling, was es vermittelt. Und mit diesem kleinen Figürchen, was finde ich ganz gut passt, ja, hoffe ich, dass euch diese kleine Geschichte mit mir in der Kindheit, die ich euch erzählt habe, gefallen hat, euch ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht hat oder ja, zum Nachdenken, was ihr für schon Momente schon im Leben hattet. Und mit diesem Figürchen wünsche ich uns allen auch, dass wir bald auf jeden Fall alle Sachen, ob es jetzt Urlaube sind oder Freunde treffen, Partys machen, alles, was wir schon mal ein bisschen machen wollten und nicht geschafft haben, sehr, sehr bald nachholen werden können. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und ja, sehr freuen würde es mich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Bis dahin, eure Kinga. Tschüss.